so leute willkommen zurück zu naruthochi mit ninja fiyashibun ja ich musste schnell den park wieder beenden, weil ich schon wieder überzogen habe ich weiß jetzt nicht wie ich das reindern werde, habe ich noch nicht gemacht aber mazen wird schon irgendwie klappen Moment, mein Hetzelt so so, ich verstehe das so, ich weiß jetzt ich nicht, das war es ich weiß nicht, es ist sicher, dass ich mich nicht mal wenn ich also noch ganz schön hab, wurde ich verbreitet weil ich das nicht verstehe, wenn du nur Kinappcher Aber das war der süße Kostüm über den Kostüm bei der Kostüm mit der Kostüm. Was ist das Kostüm? Also... Der Mann, der der Kostüm des Kostüm, der Kostüm, der Kostüm? Das ist ein Hüftel? Das ist ein Hüftel wie der Kostüm. Ich bin schon mal einig, was ich weiß. Warum? Du bist? Hahahaha. Was ich sagen, warum? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ja, Sasori tut immer so auf mysteriös und genervt manche, also den kann man schnell nerven. So, wieder ein Kanoa. Okay, dann gehen wir mal zur Tsunade. Ein Frosch, ein Frosch, ein Frosch! Da ist wieder ein Fragment. Das war das immer so. Die Kanoa ist ein Fragment. Der Mann ist eine Fragmentarie von Kanoa. Was ist das? Da war's. Die Kanoa ist ein Fragmentarie. Sie sind ein Fragmentarie. Das ist ein Fragmentarie. Aber wie viele Serien ist es? Ihr müsst auf das Fragmentarie. Ich verstehe. Dann kommt die Kanoa. Die Kanoa ist bei der Kanoa. Das ist die Kanoa. Ich will das Fragment erholen, das ist ein besonderes Fragment... ey, toll. Okay, Moment, ich möchte kurz her nach oben. Ja, wie ich mir gedacht habe, ist hier auch ein Fragment... Ich glaube, es war hier, oder? Ja. Ich bin hier, oder? Ja. Ich bin hier, oder? Ja. Ich wurde alleine gelassen. Das macht mich traurig. Ich bin hier, oder? Ja. Ich bin hier, oder? Ja. Ich bin hier, oder? Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Gegen solche Typen werden wir jetzt in diesem Chipun oder allgemeinen Let's Play so oft kämpfen. Ey, ich dachte, kann ich kein Rasengan in der Luft einsetzen? Was das so? Das war's für heute. Das war's. Oh shit, hab ich nicht gelesen. Sorry, dass ich das so schnell weggedrückt hab. Nochmal? Hallo? Oh. 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 So, das wollte ich mir holen. Ich möchte speichern. Ich konnte die letzte Zeit überhaupt nicht speichern. Ich will speichern, bitte! Ich möchte... Hat er gerade was geblinkt? Und hiermit beende ich auch den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao!